Ja, ein großer Briefeschreiber war ich mit drei. Ja, man hat immer Gigi Gaga Gugu geschrieben. Immer Konstrikter hat eine schwanzende Hand. Kon, nein, das ist Kon, Strikter. Ein Unterschied. Weißt du, wer schlafen geht? Ferrela geht schlafen. Woher weißt du das denn? Gute Nacht, weil das da steht im Chat. Oh nein. Gelöscht. Ich find's traurig, als es damals keine 5 Mark Münzen mehr gab. Ja, das war auch doof. Die alten Nummern sind der Privatisierung zum Opfer gefallen. Wir alle sind der Privatisierung zum Opfer gefallen. Wir alle sind Opfer des Systems. Hast du das System? Oh, Robin, hat überhaupt nichts mit irgendeinem Thema zu tun, aber ich hab gestern eine Top-10-Liste an unterschätzten Sci-Fi-Filmen gesehen. Da links ist eine Truhe. Robin, rat mal, was drin war. Equilibrium. Equilibrium war drin. Equilibrium ist ein Scheiß-Film. Top-10 most underrated Sci-Fi-Movies of all time. Jetzt mach die mal kaputt, damit du da die Dings kriegst. Soll ich kaputt machen? Mach ich kaputt, ja. Es gibt eine Beatdown-Band, die heißt Kanthand. Und ihr Leitspruch ist, macht alles kaputt. Kanthand? Kanthand macht alles kaputt. Ja. Richtig großartige Band, nicht? Mike mag die. Nein, Equilibrium ist nicht großartig. Equilibrium ist scheiße. Ich hasse dich. Du hast mich schon wieder getriggert. Willkommen zurück. Zu Vorlesung 2. Der Wie-triggert-man-Robin-Masterclass. Ich hab auch Robin gesagt gerade. Ich weiß, dass sich das auch triggert. Ich hasse Equilibrium. Hört alles zu meinem Programm. Ich hasse Equilibrium, wirklich. Gibt nix Schlimmeres. Der letzte Party, die ich gemacht habe, hab ich im Hintergrund auf dem Fernseher ohne Ton Equilibrium laufen lassen. Hast du nicht, du hast es vergessen. Stimmt. Du hast es jetzt auf zwei Partys schon vergessen, Equilibrium laufen zu lassen. Was gab es stattdessen? Es lief irgendeine Scheiße. Einmal lief die Kappa-Show, die hab ich besoffen angemacht. Und ein andermal... Ey, Karate-Tiger. Ein Karate-Tiger lief, ja. Und Toxic Avenger. Troma-Film auch großartig. Toxic Avenger war auch sehr lustig. Troma-Filme, absolut hervorragend. Kann man sich mal gönnen. Kann man mal machen, ne? Ja, Ruben, du weißt, du bist ja auf der nächsten Bamberger Feierblüt. Equilibrium. Ich komm einfach nicht mehr. Dann ist ehrlich mal gute Musik auf meinen Partys, ey. Ich hab... Dud, du erzählst jedes Mal, dass ich für die Partys auf deinen... Für die Musik auf deiner Party verantwortlich wäre. Ich hab noch nie Musik gemacht auf einen deiner Partys. Nee, überhaupt nicht. Weil es wird immer angekündigt und ich werd nie ran gelassen. Weil da immer wieder irgendwer kommt und mich wegstößt. Meine Spotify-Playlisten sprechen aber eine ganz andere Sprache, mein Freund. Sorry. Wenn deine besoffenen Freunde da gute Musik reinmachen, kann ich da nichts für. Ich steh mal, du sagst so, nein, tu das nicht. Nein, tu das nicht. Bami wird dann mega sauer. Nein, Robin hat einen hervorragenden Musikgeschmack. Robin ist ein... Das stimmt. Nein, warte. Robin hat keinen hervorragenden Musikgeschmack, aber Robin ist ein hervorragender Party-DJ, wenn man ihn mal ranlässt. So fair muss ich jetzt sein an dieser Stelle. Ey, das... Ich hab einen guten Musikgeschmack. Ja, unsere Musikgeschmäcker sind einfach nicht kompatibel. Ja, du hörst halt Krach. Ich hör Sachen, wo man noch in Takt und Noten raushört. Robin, sei mal ein bisschen diplomatischer. Wenn ich dir gerade entgegenkomme, dann schlag mir nicht ins Gesicht. Das macht man nicht. Robin, ich hab gerade gesagt, dass unsere Musikgeschmäcker wahrscheinlich auf ihre... Wir sind beides spezielle Schmetterlinge. Dr. Bomber treffen wir uns aber. Ja. Das ist so der Common Ground, auf dem wir uns bewegen. Ejo, Ejo. Dr. McDou ist auch ganz okay. Wir waren vorher am Marienplatz, noch eine Kleinigkeit essen. Oh ja, das war gut. Und dann sind wir in einen kleinen Bäckersladen gegangen. Und ihr ratet nicht, was da für eine Musik spielte. Vor allen Dingen, ihr müsst euch so vorstellen, du kommst halt die Treppe hoch und es hat halt keinen Laden mehr offen, außer dieser kleine Bäcker. Und dann knallen einfach mega laut die Boxen. Und erst läuft halt Codeplay, und zwar in so einer Lautstärke, dass du dir denkst, fuck, Codeplay ist gerade da. Und die spielen live am Marienplatz. Und nach Codeplay kommt einfach original Alpha-65 mit Blue. Das ist nicht der beste Tag ever? EU? Oh Gott. Da war was los, sag ich dir. I have a blue house with a blue window. I have a blue house with a blue window. Blue is the color. Ich hab mir da damals die Maxi-CD gekauft, ne? Ich fand einfach diese Figuren mega geil animiert. Also die Zukunft. Guck dir das jetzt nochmal an. Guck dir das jetzt nochmal an. Ja, ist grauenhaft. Kannst du dir echt nicht nochmal angucken. Mach traurig. Ich schmeiß Bomben auf die Schlangen. Au, au. Du, 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 du. Konstruktor attackiert mit Langeweile. Entschuldigung, muss ich gehen. Dieses Spiel ist ganz schön selbstironisch. Ich glaube, das haben die auch selber nicht durchgespielt hier. Ich glaube, die haben einfach nur die Bilder beschriftet und ein bisschen so Pseudotexte. Wenn jemand zum Beispiel sagt, Rommel, schreib mal einen Text über was, was du so nicht kennst, schreibe ich solche Texte, wie hier drin stehen. Die wunderschöne Regenbogenstraße hat dich zu Voltrons Turm nördlich von Windia geführt. So unnötig da wunderschön zu schreiten. Beschwingt und mit der Gewissheit im Sinn, dass du es schaffen kannst, dieses Abenteuer zu einem glücklichen Ende zu führen, durchschreitest du das Turmtor. Ein junges Mädchen hat sich gleich am Eingang des Turmes untergestellt, um dem scharfen Wind draußen zu entgehen. Es ist Norma, Ottos Tochter. Beruhigend sprichst du auf sie ein, erzählst ihr von der intakten Regenbogenstraße und dass ihr Vater besorgt, zu Hause auf sie wartet. Mit einem kurzen Gruß eilt sie fort. Das wäre also geschafft. Jetzt zu weniger einfachen Dingen, die Erkundung des Turms. Voltron, der Turmwächter, treibt ein böses Versteckspiel mit dir. Er heißt doch Volturo. Ja, er heißt Volturo. Ich habe Voltron gelesen, weil ich es lustig fand. Auf jeder Etage hat er seine Stupflöcher. Wenn du glaubst, du hast ihn endlich gestellt, verschwindet er ganz plötzlich wieder im Turmlabyrinth. Um ihn endlich zu packen, beschließt du die Liftschalter, ihn in durchforschten Etagen zu zerstören. Oh, das habe ich nicht gemacht. Oh shit, sind das diese Haken? Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Hier ist was. Das sind die Schalter, die du drücken musst. Ja, gut gemacht. Hab ich ihn jetzt zerstört? Ja. Ich habe ihn umgelegt. Ich würde es nicht als zerstört betrachten, aber... Doch, doch, das ist schon okay. Oh Gott, ich bin ja gespannt. Es ist auch tatsächlich der einzige Schalter, den es gibt bei mir. Echt? Ja. Ein Glück, dass ich die Schalter zerstört habe. Das habe ich gut gemacht. Du beschließt die Liftschalter kaputt. Du meinst, es gibt einen. Einen ganzen. Sehr gut. Ich habe ihn auch nur einmal getroffen. Und dann hat er gesagt, haha. Nee, es gibt auch noch einen zweiten. Guck mal. Oh nein. Robin, du spielst mit meinen Gefühlen. Aber der kommt erst noch, glaube ich, der zweite. Ja, boah, dann muss ich noch einen Stock weiter nach oben. Nee, es geht wieder runter gleich, glaube ich. Shit, ey. Ich muss in der zweite Etage durchenden. Ey, Robin, was passiert, wenn ich jetzt die Instanz verlasse? Wenn ich jetzt hier einen Town Portal nehme? Was passiert dann? Sind dann alle Gegner wieder da? Ja, klar. Nee. Ja, klar. Quatsch nicht. Klar. Nee. Klar. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Soll ich wissen, was passiert? Ich habe wohl irgendwas... Wie kannst du jetzt gegen Vultron kämpfen? Ich habe wohl irgendwas richtig gemacht. Gut. Ich sehe das nicht. So. Ähm. Ähm. Er kriegt von mir Angriffe. Und sie macht... Also, denk dran, er hat ein Schizo-Schild, was Magie zurückschießt. Okay. Das war dumm. Geil. 0 und 36. Meine Eröffnung, schön. Mit dem Heilsauber. Ich finde es übrigens schön, dass das Vultron auch den Ketten-Zweck angemacht hat. Schön mit seinen Goldkettchen und seiner Goldkrone. Kämpft er gegen dich. Zweck-Tron. Na? Sie macht... Aua? Hassgeier! Er greift mit Hassgeiern an. Da muss man jetzt schon klug sein. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, was meine Taktik ist. Ich glaube, sie heilt. Ich glaube, Verwesung an. Muss aufpassen. Stinkt. Shit. Er macht mega viel Schaden, Alter. Schwerer Treffer. Was mache ich denn? Hier steht halt leider auch nicht, was da los ist. Oh nein. Du hast auch den Feuerzauber neu gekriegt. Vielleicht ist der ja effektiv. Das... Ich habe einen kompletten Move verschwendet, Alter. Das war nicht so smart. Jetzt hole ich ihn raus. Oh, Schizoschild. Schizoschild, keine Magie dann. Achso, ich hätte einfach jetzt die ganze Zeit Magie benutzen können, oder was? Bleh! Oh nein. That's it. You died it well. Schmusi-Riegel geschlafen. Und das während des... Während des Kampfes gegen Vulvatron. How could you? Ich finde es gut, dass der Vulvatron ist. Oh Gott. Das kann was werden. Schizoschild zerstört. Jetzt kannst du... Jetzt gebe ich ihm. Action machen. Jetzt kriegt er direkt von mir. Oder mach jetzt ein neues Schizoschild. Nee. Oh, hast geiler. Shit. Jetzt kommt die Zitaten-Angst. Jetzt gebe ihm gleich Feuer. Ich gebe ihm Magie. Das hier, ne? Nee, ich glaube, oder? Die Flamme-Aura war neu. Ja, Flamme-Aura ist neu. Passt schon. Wir lernen ja, ne? Wir lernen ja aus unseren Fehlern hier. Das ist ja der Übungs-Run für die nächsten ATTQ, die wir hier machen. Oh! Oh yeah, Baby. Oh yeah. Oh boy, that's it. Aber er macht halt echt hart viel Schaden. Das ist echt unangenehm. Wahrscheinlich gibt es jetzt gleich ein Vulva-Schild. Dann ist es vorbei, mein Freund. Gut, dass die zuerst kommt mit dem Heizhauber. Ja, fuck it. Aber da gibt es Schmerzen, ey. Du machst 2000 Damage, ne? Ja. Also er hat 25.000 HP. Wow! Sagt der Guide. Wie soll ich das denn schaffen? Ich habe doch nicht annähernd genug... Ich habe doch nicht annähernd genug HP-Shit. Hey, ich lese nochmal vor bei mir, ja? Warte mal. Pass auf, ich schöpfe jetzt aus den Vollen. Voltoro ist überaus widerstandsfähig, doch kluge Kämpfer triumphieren. Guck mal. Kalia kriegt erstmal so ein Ding. Und gönnt sich jetzt selbst. Pass auf, ich riskiere mal was. Jetzt gibt es ein Ambrosia-Shit, ne? Boom. Scheiße. So, zack, erholt, zack, erholt, zack. Gut. Fühlt sich gestärkt. I give you that. Das Schizu-Schild ist wieder oben gerade, oder? Ich glaube, ja. Dann gib ihm doch mit der Axt. Geht er hier durch? Man weiß es nicht. Oh, jetzt ist es gut. Wow. Blödes Timing. Bad Luck. Guck mal, was Ambrosia bringt. Nicht zu viel. Weiß ich. Alter, hier kommt durch. Oh, wow, ist das spannend. Oh, wow, ist das spannend. Ihr Franken, ne? Ihr seid schon echt ein sehr, sehr emotionales Völkchen. Das ist schon wirklich. Dafür sind wir bekannt. Shit, sie hat nur noch einen Heal. Das ist nicht gut. Pass auf, dann gibt es einfach, äh, was zu snacken. Ah, oh mein Gott. 200 heilt das nur. Bist du bekloppt. Ja, die Snacks sind scheiße. Ja, die Snacks sind echt nicht gut. Komm schon. Er könnte doch zumindest mal irgendwie, weißt du? Naja, 10 solcher Angriffe und du hast ihn fast. Er könnte sich seine Miene mal verziehen, vielleicht. Guck mal. Gibt es hier Bam. Und hier gibt es nochmal eine schöne Magie. Zack. Du musst die gleich mal MP refreshen, ne? Ja, ja. Sie braucht die, glaube ich. Weil bei ihm ist es wurscht. Ja, ja. Aber sie hat halt kaum noch MP. Ja. Sie braucht jetzt als nächstes. Ja. Jetzt kommt das Schild. Es ist gut, dass das Schild zu Schild kommt, weil ich glaube, da hat er nicht noch einen Angriff. Wow. Hier wird das Spiel verstanden, Robin. Und es kommt doch noch einen Angriff. Er hat trotzdem einen Angriff. Ich flieh einfach. Kämpfen. Also sie MP und er jetzt eigentlich sich selbst heilen, oder? Ja. Die Wurzel ist es. Ich weiß nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann mich ja mit ihm auch theoretisch einmal selbst heilen. Ja. Oder heil ich auf beide drauf, weil es eh genug heilt. Aber greift er denn sie an? Immer mal wieder, ja. So, und sie kriegt eine Wurzel. Oh. Oh, damn it. Uh. Safe by the bell. Ich glaube, bei dir ist jetzt mehr Heel durchgegangen, weil sie overheeled ist, oder? Ich weiß es nicht. Oh, Flammaura ist auch nicht mehr so viel drin. Ja, muss halt. Oh, nein. Was denn? Er hat doch das Schild oben, oder? Er hat das Schild oben, ja. Du solltest vielleicht nicht. Warte. Mach ich trotzdem Schaden an ihm? Okay. Also, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel mal nochmal irgendwas... Angriff. ... auch nur in irgendeiner Form von taktischer Tiefe kriegt. Ja, ich habe ja auch nicht gedacht. Kriegt es auch eigentlich gerade nicht. Jetzt ist es zerstört. Das ist auch die langweiligste und längste Animation aller Zeiten. Ich raff das auch nicht, ey. Das Schildschild wurde zerstört, mein Freund. Jetzt gibt es... Jetzt gibt es Gesicht. D-Rex, ich sage es dir ganz klar. Für Europäer war das damals mega spannend, weil das war eines der ersten Rollenspiele, was es gab in dem Sinne, die im Westen wirklich verkauft wurden. Hat sich das Ding auch gut verkauft? Das weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es war ja quasi die Heranführung für den westlichen Markt an Rollenspiele, tatsächlich. Und auch wenn es vorher schon andere Spiele gab, war das trotzdem so das wirklich erste richtige Rollenspiel, was es zu kaufen gab, was auch beworben wurde. Kann auch gut sein, dass es mal ein altes Final Fantasy so früher gab. Oh, er sieht anders aus. Er sieht aus, als wenn er mit dir spielen will. Digga, der... Nein! Ich kann so ein bisschen Heiler versteinern! Oh, gut, jo! Schieß, Voltron, please! Please, please, please stop it! Oh, no! Stop it, Voltron! Oh, no! No! Please stop! Äh, Schützeschild ist ab, oder? Ich glaube, Schützeschild ist ab. Wir sparen jetzt mal so ein bisschen. Mach mal so. Und, äh... Ach, nee, scheiß drauf. Wir haben 32. 32. Damn it! Oh, oh! Goddamn you, Schützeschild! Oh, oh! Und die Todespranke. Oh, shit! This is not good. This is really not a good one. Rucksack. Äh, Heiltrank. Oh! Epic Saver, oh! Ey, ich würde es nicht aushalten, diesen Kampf nochmal zu machen, Robin. Nee, ich auch nicht. Ich würde es nicht aushalten. Okay, Magie. Damn, habe ich nicht. Rucksack. Krafttrank. Ist zwar wenig, aber immerhin, ne? Sehr gut. Wie du halt noch 32 Heals mit ihr hast. Ja, weil ich sie ja gerade aufgefüllt habe, aber jetzt hat halt hier Captain, Captain Snurk hat halt nix. Und jetzt kommt das Schützeschild wieder. Drogen. Noten. Und meine Fettenstyles, Alter. Zieh doch rein, Alter! Muschiflo. Never forget. Immer, 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 Kätzchen! Shit. Schützeschild ist oben? Das Schützeschild ist oben, äh. Bist du dir sicher? Ja, klar. Laber nicht. Oder? Ja, probier's aus. Mach's für einen 2000 Schaden auf dich selbst. Oh, fuck you. Oh, Robin. Da muss man aufpassen. Na, da muss die, die, die Aufpassung muss, äh, Hassgeiern. Ey, warum macht der denn mit allem so viel Schaden? So ein Arschgesicht. Weil's ein Boss ist. Ja, aber er ist auch echt unfair so. Solange der Heal immer zuerst kommt, ist alles in Ordnung. Was ist da? Oder weg? Weiß es nicht. Weil ich so schnell A gedrückt hab! Aber ich hab eh keinen, keinen Zauber mehr. Eigentlich muss ich jetzt, ich muss das safe spielen. Muss es schön mit, mit Mini-Schlägen, muss ich ihn jetzt auslöschen. Hier steht leider auch nicht, ob er gegen irgendwas anderes eine Schwäche hat. Vielleicht gegen die Kralle? Vielleicht hat er eine Laktoseintoleranz oder so. So ein Milchschwert angreifen. Milchschwert angreifen. Schön, schön mit dem Durchfallschwert für ihn. Angreif. Oh mein Gott. Shit zu shit. Dammit, es war weg! Ja, aber du hast ja eh keine Magie. Doch, ich hab noch einen. Einen hab ich noch, Robin. Einen hab ich noch. Einen hast du noch? Pass mal auf, ey. Den Ver- Nee. Jetzt ist es oben. Merken. Oben. Ja, ist oben. Merke ich mir. Orkangewalt! Guck mal, Snurk, sei mal ein Held, du Arschgesicht. Ja, ne? Das, äh... Jetzt ist es nicht mehr oben. Jetzt ist es nicht mehr oben. Kannst du auch nicht mal einen wegfeuern hier. Alter, jetzt kriegt er Gesicht. 200, schön weggetackt. Dammit. Snurk, why are you so useless? Um einen hab ich noch. Ein hab ich... Nein. Ja. Warum hat dieser Gegner so viel... Lebensenergie in sich? Soll er gezeichnet werden? Ich bin mir nicht sicher. Draw me like one of your French Volturos. Wie viel kann er denn noch haben? Jetzt mal ganz im Ernst. Ey, wenn du vom Drittel ausgehst, dann hat er jetzt noch 25 durch 3. 10, 8, 8, 16, 14. 8500? Wenn es ein Drittel ist? Was mach ich denn jetzt? Ich hab nichts. Ich hab keine Zauberkraft. Oh, goddammit. Oh, diese Stühle sind auch so was Bequemste, was ich hier hab, ne? Ja. Das hat überhaupt keinen Sinn, diese Bewegung. Ja, in Verwesung. Schön Maulgestank am Start. Okay, ich drücke es durch. Ist mir wurscht. Ich kann ja nichts mehr machen. Also ich kann ja wirklich nichts mehr machen jetzt. Ich kann jetzt wirklich noch durchdrücken, so. Ja. Das gib ihm. So, das Shitzo-Shield down bringt mir aber nichts. Also ich könnte auch die ganzen anderen Zauber ausprobieren, aber es ist mir ehrlich gesagt zu riskant, muss ich sagen. Nun. Passiert mir so danach. Auf nach Feuerburg. Okay. Did it! Das war... Bip, 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 bip. Deswegen, meine Freunde, habe ich den Doktor in Mystic Quest. Hier, Robin. Oh, dankeschön. Ich übergebe dir, ich übergebe dir für den Rest des Spiels, äh, die Steuerung. Ah, first try. Bitches, first try. Da würde man sich ja auch mal feiern dürfen. Mit einem Kaltgetränk, eventuell, ne? Eventuell. Kann ich dem Robin Rockmann auch noch eines anbieten? Ja, bitte. Bitte. Sauber. Kleiner Schränk. Getränke immer kleiner Schränk. Ja. Was ist das denn? Was? Ein Brut. Das ist noch das Bad von Gregor. Nein. Aus Dürren. Ja, ja, ja. Das ist ein dürisches Problem, das Brut. Hm. Oh, dankeschön. Ein edler Tropfen aus dem, aus dem Osten von Nordostwestfalen und ein, ein Getränk aus der Tscheche, aus der Tscheche, aus der Tscheche, aus der Tscheche, Slowakien, Jokai. Wo ist denn bitte, Jewa, Nordostwestfalen? Ich weiß es nicht. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn, was du da erzählst. In Erdkunde bin ich leider nicht so gut wie in Mystic Quest. Das war der langweiligste Bosskampf, den man sich vorstellen kann. Wir dürfen Captain Max nicht vergessen. Spencer meinte, du könntest ihm helfen. Wie bitte? Oh, warte. Rubens. Ach ne. Bist du okay? Ja. Und noch dazu habe ich eine Treppe entdeckt, die zur Spitze des Fokusturms führt. Eine Treppe? Ach, ein, ein Licht. Hm. Man bräuchte einen Malkanstein, junger Mann. Man könnte mal eine Regenbogenstraße zu Spencers Ort bauen. Ich glaube, mein Vater weiß etwas darüber. Hatten nur Menschen. Rubens und ich werden nach Feuerburg gehen. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Rubens schließt sich dir an. Guck mal, red mal mit der Frau, die im Bett liegt. Da liegt das Mädchen und das andere rothaarige Mädchen ist da auch. Meinst du das Dreier? Poison Ivy und Poison Susanne. Die, äh, das dynamische Duo. Benutz deinen Haken. Benutz deinen Haken mit Mädchen. Oh ja. Ey, Steve Wright, wenn der Stream mega Delay hat, klöppel einfach mal auf F5. So, also. Einfach mal, einfach mal neu laden. Dann bist du wieder, lebst du wieder in unserer Zeitschiene. Robin, weißt du wohin? Nach Feuerburg. Zu? Peters Ort? Zu Peters Orte. Das ist auch mein Lieblingsturm. Der Turm ist der reine, den hätten sie sich auch komplett sparen können. So, der steht nur im Weg. Ist so. So, ich lese mal für dich. Hast du schon geschlafen, Robin, und deine, deine Energien wieder aufgefüllt? La. Boah, ist alles so grauenhaft, ne? Pew, pew, pew. Wow. Ganz im Ernst, wenn man einmal den Spieleberater von vorn bisschen durchliest, dann musst du das Spiel auch nicht mehr spielen. Nee. Da steht die komplette Story drin, so. Ja, vor allem da steht tatsächlich mehr Story drin, als im Spiel dir vermittelt wird. Hier, keine Ahnung, wir müssen jetzt irgendeinen Typen treffen, der im Bett liegt. Und hier steht drin, er muss noch immer das Bett hüten, denn so ganz hat er sich von den Strapazen, denen er auf dem Vulkan ausgesetzt war, noch nicht erholt. Zaghaft, um ihn nicht zu überanstrengen, fragst du, ob er etwas von einem Gegenstand gibt. Was ist da los, ey? Das ist eine komplette Geschichte. Hier extra für dich, Robin. Pass auf. Pass auf. Drei, zwei, eins. Band. Okay, danke. Das wird von Mal zu Mal auch nicht besser, ehrlich gesagt. Ich habe aber leider den Spieleberater zugeschlagen. Das war nicht so klug. Sieben Etagen, pure Gefahr. Wahnsinn. Ich glaube, ich werde das geschrieben, aber bestimmt Fabian Döhler. David Kepler. Ich schwöre dir, Fabian Döhler hat das geschrieben. Wo steht das drin? Wo liegt denn jetzt dein Vater hier? Aber Robin, wir sind auf der vorletzten Seite. Echt? Nee, war eine Lüge. Ja, ich glaube, das Spiel wurde auch nach dem Ratgeber erstellt. Genau, rede mit Indiana Jones, der gerade schläft. Arion, weißt du was über einen Vulkanstein? Vorsicht. Er ist etwas überanstrengend. Und jetzt? Muss ich wieder zurücklaufen? Mach mal die Kiste auf. Guck mal bitte ins Heft, ob ich wirklich einmal wieder zurücklaufen muss. Wenn wir in Feuerburg fertig sind. Nachdem du dich herzlich von Arion verabschiedet hast, gehst du zurück nach Windia. Alter. Ernsthaft. Und geh zu Otto. Wow, ist das scheiße. Du hast einen Todkranken gerade seinen Stein abgenommen. So, und jetzt gibst du dem alten Mann den Stein. Nachdem du dich herzlich verabschiedet hast. Gib den Stein hier. Gib den Stein. Okay. Ja, du hättest zumindest Danke sagen können. Fick dich. Selten. Selten fühlte ich die Emotionen so sehr wie heute. Hey, du bist ein krasser Held. Gerade bist du mehr so Laufbursche. Bist du mehr so Kurier. Stein Kurier. So kein Stein Kurier. Aber ich merke schon, also der Turm, der ist dein zweites Zuhause mittlerweile. Also Turm und ich sind wie Brüder. Ja. Nur nicht von derselben Mutter. Aber du hast Rubens dabei und Rubens ist... Rubens ist ein Kraftpaket. Rubens ist ein Kraftpaket. Dr. Ferrari. Bist du dich zweimal an. Diese Karte ist auch so pottenhässlich. Heute ist schon so ein Tag, ne? Weißt du? Eigentlich hab ich überhaupt nicht die Energie, um zu streamen. Kennst du das? Nee. Keine Energie zu haben? Kennst du nicht? Streamen macht man doch einfach so. Otto. Wer sind sie? Der Vulkanstein. Groovy. Wirklich? Groovy? Ja. Das passiert, wenn die Leute, die sonst in die Mülltonne gesteckt werden auf dem Schulhof, plötzlich die Übersetzung schreiben dürfen. Und was mach ich hier? Was? Wir können jetzt straight zum Spencers Tunnel laufen. Ja, vielleicht kannst du dich auch hin teleportieren irgendwo. Spencers Ort. Geil. Kannst du dich nicht in Spencers Ort teleportieren? Ach nee, der ist da oben, der Spencers Ort. Oder was? Oh nein. Geil, Alter. Schöne Regenbogenbrücke nach Spen... Wir müssen das Gebiet mit Jumbo-Bomben zerstören. Jumbo-Schreiner? Plötzlich Pixel-Brei. Wow, der Schnitzelpapst ist not amused. Hä? Was passiert? Ja, was? Geschafft. Das Schiff hat einen Stein angespült. Das müssen wir Kaliar erzählen. Uh, eine Brille. Schade. Oh, ein Kopfhörer. Beats by Dre. Oh. Spencers Ort ist ein wichtiger... Ort. Unter euch den See abfließen lassen müsst, um Captain Max' Schiff vom Trocken-Dock herunterzuholen. Schön im Trocken-Dock einen herunterholen und dann geht's los. Wumms hat seine Jumbo-Bomben aktiviert. Oder um es mit Lupo zu sagen, Dinge passieren. Ich verstehe Spencers Ort nicht. Und du landest vor einer Kiste. Hast du die Kiste schon mitgenommen? Robin. Beweis der Freundschaft. In Windia übergibt dir Kaliar die Käpten-Mütze. Was? Mit ihr kannst du Kapitän Max beim ersten Treffen überzeugen, dass du ein Freund bist und ihm helfen willst. Wer ist Kapitän Max? Kapitän Max ist der Schiffskapitän. Der... Aber das Schiff ist von Dämonen belagert. Lass das lieber uns machen. Gut, aber gib meinem Vater seine Käpten-Mütze, wenn du ihn siehst. Ach, Max ist ihr Vater. Like, comment and subscribe, Snark. Keine Pilze auch am Start. Ey, oh. Kapitän Max. Classic Max. Bring me back to the Rainbow Truck. Bring me back to the Rainbow Truck. Give a gun my hand. I won't be a shooting man. Left, right, left. The military step. The seventh is the best. Oh, go left, go right, go left, go left, go left, go right, go left. Ja, aber wohin? Wo ist Kapitän Max? Ich lese. Beweis der Freundschaft. Mit dem Mobius-Opal in der Tasche gehst du in das Haus rechts oben und benutzt die dortige Warb-Fliese. Im Handumdrehen findest du dich im Schiffspier wieder. Was? Der Mobius-Warb, das ist die Sonnenbrille. Der muss, glaube ich, in Windia. Der ist in Windia, in Vertania City. Hast du den Mobius-Opal gekriegt? Das Haus rechts oben und benutzt die dortige Warb-Fliese. Was? Max ist ein guter Rabber. Ein guter Deutsch-Rabber. Das weiß ich über Max. Anscheinend habe ich das noch nicht. Kein... Wo ist das denn? Oh. Wo finde ich das denn? Das steht da nicht. Mit dir kannst du Kapitän Max beim ersten Treffen überzeugen, dass du dein Freund bist und helfen willst. Mit dem Mobius-Opal in der Tasche gehst du in das Haus rechts oben. Warte mal. Rubens hat eine seiner Jumbo-Bomben aktiviert und damit den ausgetrockneten See wiedergefühlt. Damit eröffnen sie auch für dich ganz neue Wege. Zunächst solltest du dir den wertvollen Mobius-Opal besorgen. Mittels der Klaue kannst du durch das Wasser warten und mit einem Bombenwurf verschüttete Höhleneingänge freilegen. Nun gehe zurück zum Eingang, sprich über das Benutzer in den Wapel-Landes vor einer Kiste. Also in Spencers Ort müssen Dinge geschehen. Da unten ist der Mobius-Opal, oder? Ne, der ist in der Kiste wahrscheinlich. Oh, ist das bescheuert. Wie, da musstest du jetzt die Bombe werfen? Ja, damit ich dann dadurch den Teleport kann, damit ich dann oben durchkomme. Das war da, wo ich eben gehangen habe, weil ich nicht durchkam. Ist dit bekloppt. Das ist wirklich bekloppt. Das ist doch. Wow, dieses Spiel. Kein Scheiß. Du hast gesagt, du hast Terranigma nicht gespielt, oder? Ich hab Terranigma nicht gespielt. Alter, boy, wir müssen Terranigma spielen. Oder du alleine, oder weiß ich nicht. Terranigma ist um so viele Längen besser als dieses Spiel. Eigentlich ist so ziemlich jedes Spiel, das mir gerade spontan einfällt, besser als dieses Spiel. Wir können gerne Terranigma spielen. Das ist halt schon lang, ne? Es ist länger als Mystic Quest. Wir sind gerade bei Tag 4. Ich denke schon, dass es länger ist. Also ich hab zumindest die Erinnerung daran, dass es ein sehr, sehr langes Spiel war. Das sagt ein How Long to Beat. Zwischendrin hat's auch ein bisschen Grind gehabt und so. Das weiß ich nicht. Das müsste vielleicht mal jemand von unseren Wertenzuschauern oder Zuschauerinnen nachprüfen, was How Long to Beat zu Terranigma auf dem Schness sagt. Ich glaube, ich hab Terranigma mal angefangen damals. Aber ich hab's nie zu Ende gespielt, glaube ich, weil ich das nicht verstanden hab. Ey, direkt der Anfang ist einfach schon so großartig. Du bist am Anfang in der Unterwelt. Und danach kommst du in die Oberwelt und musst dabei helfen, die Welt wieder, die Welt zu erschaffen. Also ne, du bist in der Unterwelt und erschaffst dadurch die Welt. Und dann kommst du auf die von dir besiedelte Welt quasi. Also super verrückt. Also super. Crazy, man. Main Story 15 Stunden. Ja, aber Main Story 15 Stunden sind vier Tage. Also ist schon okay. Ja, was steht bei Mystic Quest drin? Nur zum Vergleich. Steht da vier Stunden? Dann können wir bei Mystic Quest Original das Vierfache nehmen. Dann sind wir da nämlich 60 Stunden dran. Pierre. 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 Deck. Militärmusik. Wo müssen wir denn hin? Jetzt entsteht bei Mystic Quest. All aboard! Einsam und verlassen wirkt das Schiff, das am Pier angelegt hat. Aber vier Stunden bei Mystic Quest kommt auch hin, wenn du mal so guckst. Ja. Wir sind jetzt in unserer vierzehnten Stunde gerade. Wir sind fast am Ende. Wenn du an Bord geklettert bist, in jeder Ecke warten die Monster, die Captain Max Schiff gekappert haben. Max wird irgendwo auf dem Schiff festgehalten. Nur wo eine fieberhafte Suche beginnt. Alter, Steve Fried. Steve Fried. Ich habe hervorragend, ich habe genau in der richtigen Geschwindigkeit den A-Knopf gedrückt. Da gab es keine Fehler. Keine Fehler habe ich mir geleistet. Ich werde es mal etwas langsam, aber... Slow and steady, Vincent Oresis. What the Mystic Quest will be won. Prost, Bambi. Schwenkende Planken. Schwenkende Planken. Langsam lernst du die Gesetze des Schiffes kennen, Rubben. Ich wusste, dass ich Jura studiert haben muss, um den Captain Max zu befreien. Wendig kletterst du die Masten rauf und runter. Oh nein. Um an einen der Maste heranzukommen, musst du allerdings zunächst die Salzfässer aus dem Weg schieben. Diese Kletterpartie ist unerlässlich, wenn du Captain Max befreien willst. Zu dieser Erkenntnis bist du gekommen, als du einen ersten Blick in den Bauch des Schiffes geworfen hast. Überhaupt, der Blick auf die Unterdecks ein einziges Monster treffen. Kein Gang, der nicht versperrt ist. Auch die Holzbohlen sind nicht so sicher, wie sie aussehen. Ganz schnell fällt man da herunter. Gibt der Bohlen. Wow, ist das spannend. Ich gucke mal, ob es hier irgendwo... Ey, es gibt eine Juwelenrüstung. Auf Unterdeck 1. Ganz unten. In der Schiffspitze. Auf, auf, wo, wo... K2. K2, wo ist K2? K2 ist doch der Berg. Der Berg ruft. Ich verstehe das nicht. Ey, so geht es mir schon die ganze Zeit. Wo muss man denn da hin? Das macht doch... Äh... Du machst das schon, Robin. Du bekämpfst dir einfach mal schön die... Die Dämonen. Die ganzen Ottos. Die pinken Ottos. Ey, ich glaube, die Kralle ist nicht so stark, Robin, ehrlich gesagt. Ey, die Kralle hat mal eine Chance auf One-Hit-Kill. Hat jede Waffe. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Einen schweren Treffer, meinst du? Nein, One-Hit-Kill. Nicht schweren Treffer. Aber schwerer Treffer ist One-Hit-Kill. Nein, schwerer Treffer ist doppelter Schaden. One-Hit-Kill ist One-Hit-Kill. Die Kralle ist nicht so stark, glaube ich. Kann die Kralle das wirklich... Das muss ich erstmal in meinem Spieleberater nachlesen. Da muss ich erstmal... Das mächtige Schwert. Das mächtigste Schwert der Welt. Das Juwelenschwert. Oh, wir haben übrigens das Juwelenschwert nicht mitgenommen. In Volturos Turm. Ja, ist so. Nicht so wichtig. Jetzt pass mal auf hier. Jetzt pass mal auf. Hokkaido-Tempel. Die Greifen... Oh, pass auf. Die Greifenklaue, Robin, ist eine mächtige Waffe. Und mehr. Weißt du Bescheid? Nein, told you. Ach nein. Ja, da hatte ich der Insta-Tode, der hatte ich ja nicht so weit gebracht, ne? Och, Alter. Du gehst mal auf hier. Spiel selber. Nein, komm, komm, spiel bitte. Nee. Die hat du nicht so gebracht, ne? Das sind auch schwierige Gegner hier. Du bist gerade wirklich viel, aber du bist nicht hilfreich. Guck mal, ich lese mal, ich lese mal ein bisschen. Ich habe ja schon... Kaum bist du ein Twitch-Partner, bist du ein arroganter Kacksack. Ich habe ja schon alles geliebt. Robin, du bist einfach nur das, ne... Was habe ich? Was? Was? Du brauchst ein dickeres Fell als Twitch-Partner, Robin. Nee. Boah, da geht es noch mega weiter, ey. What up? Ich finde es auch gut, dass du nach den Salzfässern suchen musst, um sie wegzuschieben. Das finde ich doch sehr treffend. Max wird festgehalten. Eine fieberhafte Suche beginnt. Aber wo nur wird er festgehalten? Saunenspieleberate. Das ist ja kein Lösungsbuch, ne? Ja, das stimmt. Eine Kletterpartie auf den Schiffsmasten beginnt. Nein. Ich fange nochmal von vorne an. Eine Kletterpartie auf den Schiffsmasten bringt dich dorthin, wo du möchtest. Danke für nichts. Ist das gut. Oh, du hast ein Level auch gehabt, meine Frau. Oh ja. Ich freue mich für dich. Danke. Danke, danke. Wo müssen wir denn hin? Warte mal. Ich verstehe das nicht. Wollen wir das mal studieren zusammen? Du bist auf... Wo bist du denn? K2. Wann da zwei Kisten gerade? Nein. Also zwei so braune Kisten? Du bist das schlechteste Code-Navigator aller Zeit. Ich bin auf K2, Bambi. Ja, das heißt, hier gibt es Unterdeck 1 und Unterdeck 2. Was ist K2 wohl? Wahrscheinlich Unterdeck 2. Richtig. Aber hier müssen zwei Kisten sein, da wo du warst. Oder zumindest eine braune Kiste. Und wieder eine braune oder zwei braune Kisten. Dann weiß ich, wo du bist. Das lässt sich gerade schwer nachprüfen, denn da sind zwei Lucifere im Weg. Ich kann euch ja mal zeigen, wie der Held laut Spieleberater aussehen soll. Wie sich Square das vorgestellt hat. Das, meine Freunde, ist Robin. Der Mann, der sich mit den beiden Todesfürsten anlegt. Die heilen sich hoch, die Schweinebären. Ja, die sind auch, die haben echt auch keinen Spaß. Wenn du diesen Insta-Death-Angriff machst, steht das dann da? Ja, die verschwinden, dann kommt keine Zahlenanzeige, dann gehen sie direkt tot. Was? Ja, die haben halt so einen Insta-Death. Die sind gerade, oder was? Ja. Das ist ja geil. Aber Robin, löscht doch lieber. Nein. Ey, Löschung. Hier sind zwei. Ah, hier sind sie aber. Warte, 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 warte. Du musst die Salzfässer wegschieben. Wahrscheinlich musst du... Das ist da unten. Gehen wir runter? Du musst den... Du musst den Penis besiegen, der da vor dem Eingang steht. Okay, das ist ein Ritter. Guten alten Teufelsritter. Boah, waren das die Superbomben gerade? Weiß ich nicht. Die machen ganz schön Schaden, Mann. Heiltrag und Bomben erwarten dich übrigens in dieser Kiste. Ja, geil. Dafür lohnt sich's das. So, was ist J? Ah, J geht's zu J. Äh, Craft Trank. Die Juwelenrüstung, die sollten wir schon... Die sollten wir schon mitnehmen. Wo ist sie denn? Oh, wow, boy. Da gibt's einen Zaubertrankladen. Das ist super wichtig, da hinzugehen. Wo denn? Ich finde das mal... Ich finde das gleich mal für dich heraus. Wenn nicht, dann müssen wir da irgendwie später nochmal hingehen. Ähm, warte mal. Da ist J. Okay. J. Wo? J. Äh? Und da runter? Da weiß ich leider nicht, wie's weitergeht. Ich muss jetzt nach K suchen. Das ist gar nicht so einfach. Michael Bamberger, der beste Co-Navigator aller Zeiten. Co-Pilot, meinst du? Co-Navigator. Das heißt, du müsstest auch ein Navigator sein. Ja. Aber du hast ja keine Karte vor dir. Doch. Vom inneren Auge. Ich muss das gleich sehen. Also das ist richtig, auf jeden Fall. Na dann. Da muss alles wegbesiegt werden. Warte. Überhaupt. Der Blick auf die Unterdecks. Punkt, Punkt, Punkt. Ein einziges Monster-Treffen, Robin. Ein einziges Monster-Treffen. Booty. Oh, Robbins, don't die. Der löscht. Der ist ja nicht, der ist nicht, die Klaue, die ist schön. Die löscht ja auch gerne mal. Aber stell dir mal vor, Rubens hätte die Klaue. Dann könntest du Doppel-Löschungen einleiten. Oh ja. Oh ja. Sio spricht gerade an, äh, spricht gerade unseren allerersten Stream überhaupt an. Ever. Das war auch, das war auch schön. Du hattest Spaß da. Ich hatte Spaß. Wir haben das auch durchgespielt irgendwie. Ja. Ich kann mir immer noch nicht erklären, warum und wie und überhaupt. Wir haben auch echt lange am Finale gehangen. Ja, wir haben das mehrfach gespielt, glaube ich. Also wir haben irgendwie das. Das gucke ich mir, glaube ich, nochmal an, Robin. Ich gucke es mir nie wieder an. Du hast mich so seltsig gemacht an dem Abend. Robin, das ist aber doch Name of the Game. Nein, das ist nicht. Wieso muss ich denn immer kassieren? Du kassierst nicht. Du lässt dich halt einfach ärgern. Alter, die Klaue ist ja mega stark. Die ist ja mega stark, Alter. Du hast mich noch für fünf Minuten dafür geflamet, dass ich die Kralle nehme. Tja, ich muss mich erst mal überzeugen lassen von der Qualität dieser Waffe. Aber jetzt, äh, das ist die zentdeutsche Vorhobel. Aber jetzt schäme ich mich natürlich nicht ein, zu gestehen, dass diese Klaue durchaus, äh, von herausragender Qualität ist. Jetzt zack, da wird gegrapscht. Okay, ich weiß, wo du bist, Robin. Hier. Ja, geil. Hier. Wo muss ich denn lang, dann? Da gibt's einen Krafttrank. Ich glaub, du musst da einfach runterlaufen. Und so kommen wir irgendwann, so kommen, also, wenn du jetzt einfach nach links und dann immer nach unten läufst, dann kommen wir am Zaubertrank und am Krafttrankladen vorbei. Und da kannst du deine kompletten Mulas ausgeben, um dir Zauberheiltränke zu kaufen. Und dann wird gezaubert, mein Freund. Also, wo muss ich lang? Einfach nach links weiter. Und dann nach unten. Immer weiter nach unten. Chaos Breed is hosting you. Zweimal sogar. Das ist, äh, da meinst, da meinst jemand ernst. Also, hier muss ich nicht lang? Oh, shit. Nee, da ist nur ein Krafttrank. Oh, Gott. K2. Äh, ja, ist nicht so wild. Ist nix verloren. Nix verloren, quasi. Nee, du musst eigentlich nach unten. Also, da oben ist ein Krafttrank drin. Aber ich glaube, den brauchst du nicht, oder? Nö. Oh, nein. Oh, das ist... Ich wollte springen, hat nicht funktioniert. Die Klaue. Oder auch nicer Grabbler mit dem nicer Grabbler Griff. Wieder nicer Dicer, oder was? Das ist eine... Lagenscheid, ist das eine Anspielung auf den nicer Dicer? Das ist ein gutes Stück Küchentechnik. Deutsche Frau, Rubel, ey. Wupp, wupp. Ja, das funktioniert ja gut bei mir. Ja, ne, weiter runter. Du musst weiter runter. Gott, ich hasse dieses System mit den Türen, dass man das nur von der anderen Seite sieht. Was soll das denn? Läsch dich spielen. Hauptsache, die Flames waren schon wieder da. Ja, natürlich. Ja, Rubel. Seine Waffe ist sein Mundwerk. Ja. Sein Tempo ist mörderisch. Im Gegensatz zu meinem. Ich habe eher so die fränkische Gemütlichkeit verinnerlicht. Ich merke das schon. Ey, ich bin zuverlässig. Wie ein deutscher V-Hobel habe ich uns durch Volturos Turm navigiert. Und habe alle Gegenstände liegen lassen. Oh, Lini-Turnhaber. Danke fürs Folgen. Herzlichen Glückwunsch. Zum Aufs-Follow-Klicken bei diesem hervorragenden Stream. Ich bin Michael Baumgärtner. Und der andere Typ ist auch hier. Wir spielen ein hervorragendes Spiel. Michael Baumgärtner. Bist doch auch aus der Atmosphäre auf die Erde gesprungen. Stimmt, das war der Typ, ne? Der wurde doch von Red Bull und GoPro und allen anderen coolen Brands gesponsert, oder? Wir werden übrigens auch gar nicht gesponsert. Wenn ihr vielleicht ein erfolgloses Unternehmen seid, was gerne kostenlose Marketingfläche haben möchte, sagt Bescheid. Also wir werden übrigens noch Garmin gesponsert. Put weiß, wie viel Streams wir noch machen müssen, um auch endlich ein Sponsoring von zu kriegen. Wir wurden noch Garmin gesponsert? Nicht schlecht, nicht schlecht, Bombi. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo bist du denn hingelaufen? Ne, 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 geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück, mein Freund. So schnell kommst du mir nicht davon. Guck mal, ich zeig dir das mal auf der Landcard. Wo soll ich denn dann hin, bitte? Pass mal auf. Es gibt keinen anderen Weg. Eigentlich müsstest du hier weiter nach unten laufen können, schau mal. Da, wo du die Treppe hochgelaufen bist, müsstest du es noch eine Dings nach unten geben. Ja, hier. Ja, aber wie soll ich denn hinkommen? Lauf nach unten. Ja, aber da ist doch Wand. Wie soll ich denn hinkommen? Und hier geht es noch weiter nach unten. Ja, aber wie soll ich denn... Wir gehen weiter nach links. Ach, lol. Und hier auf diesen komischen Dingern kannst du wohl Scheiße kaufen. Entschuldigung, dieses Tierensystem kehrt mich. Ist kein Problem. Ich habe es ja gesehen auf dem... ...auf dem Spiele-Hint-Berater. Ich habe ja Mystic Quest nochmal Gebrauch gekauft. Damit wir es eigentlich im Original spielen können. Und weißt du, was bemerkenswert ist? Die Person, die das vor uns hatte, das Modul, hat die Hauptfigur auf Level 99 gespielt. Also auf Level 99. Nein! Und da kannst du dir einfach mal vorstellen, wie viel Zeit diese Person, die dieses Modul vor uns hatte, mit diesem Spiel verbracht haben muss. Aber vielleicht wirst du ja auf Level 99 angehoben, wenn du es durchspielst. I doubt it. Weiß man nicht. Braucht man einen Nicer Dicer, wenn man ein Messer benutzen kann? Nee, braucht man nicht. Aber wenn man ihn hat, dann kann man sagen, dass man einen Nicer Dicer hat. Ist das nicht fucking geil? Das ist schon eine ziemlich coole Sache, sowas zu haben. Was war denn der Nicer Dicer? Ich kenne ihn gar nicht. Der Nicer Dicer ist so ein Schnellschneidesystem. Hat er halt auch nur beim... Horst Fuchs gab es das auch, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Kann man jemand ein Bild vom Nicer Dicer im Chat posten? Das finde ich hervorragend. Ist halt auch so ein Gerät für Faule. Aber weißt du, was ich tatsächlich geil finde? Also ich schneide ja gerne Sachen. Normalerweise schneide ich mich dabei auch nicht selbst. Aber letzte Woche habe ich mich erst wieder krass mit dem Messer geschnitten, als ich irgendwie... Ich habe Rosmarin gehackt. Und ich habe nicht aufgepasst, weil ich nebenbei irgendwie telefoniert habe. Und dann habe ich mir krass einfach einen Teil meines Fingers abgesägt. War nicht so geil. Gehe ich da komplett durch, oder? Nee, eigentlich diese Insel, diese Podeste. Da sind zwei, eins rechts, eins links. Und auf dem linken kannst du Haltrenke kaufen, auf dem rechten kannst du Mana-Trenke kaufen, glaube ich. Aber ich schneide mega gerne Zwiebeln so. Ich finde das super geil. Ich könnte eine ganze Nacht Zwiebeln schneiden. Da ist ein Bild vom Nicer Dicer. Ich muss den kurz angucken. Ich könnte den ganzen Tag Zwiebeln und Kartoffeln schneiden und schälen. Ach, das ist der Nicer Dicer. Weil da haust du den Scheiß einfach oben durch. Da legst du eine Banane rein. Da legst du die Hand rein. Alter, so ein Ding haben wir. Nein, echt nicht. Ich weiß nicht, ob es der original Nicer Dicer ist. Soll ich den mal suchen? Nein, bitte nicht. Darf ich den Nicer Dicer suchen? Wir haben so ein ähnliches Ding. Du kannst halt so Aufsätze reinmachen und dann drückst du es zu und dann schneidet er das. Haben wir original zweimal benutzt, seitdem steht es in der Ecke. Ist doch geil. Ist doch nicht ganz so ein Nicer Nicer Dicer. Das ist der... Nicer Verstauber ist das, ey. Ey, die Gartenkralle Gold, das ist auch eines der ältesten. Ja, Gartenkralle Gold ist wirklich. Teleshop, Home Shop in Europe. Das Beste ist immer noch Horst Fuchs mit der Autolackierung. Das ist echt Werbefernseh-Gold. Sie dreht ja nicht auch ein Spiegelei auf der Motorhaube oder so? Ja, sie dreht ein Spiegelei auf der Motorhaube. Und dann vergleichen sie das Einwachsen des Autos damit, dass die Frau sich mit Sonnenmilch einschmiert. Es ist alles so absurd. Und dann gibt es auch irgendwie die Leute im Publikum, die auch alle dieses T-Shirt tragen von dem Produkt und mega gehypt sind. Und... Wow! Ja, genau so ist es. Wow! Das ist alles so klauenhaft. Die Autopolitur polituliert ja Autos. Das ist ja unglaublich. Wer hätte damit gerechnet? Es fehlt nur noch, dass die Leute irgendwie ihr T-Shirt ausziehen. Da haben sie alle auf ihrem dicken Bierbauch irgendwie ein Buchstaben vom Produkt stehen. Und zusammen ergibt es das Wort. So in die Richtung geht es. Wie hieß die Autopolitur nochmal? Ich weiß es nicht. Gartenpolitur Gold. Die deutsche Gartenpolitur Gold. Der super Autoblitz. Das war irgendwas mit Teflon. Teflon. Das war so eine Teflon-Beschichtung, weswegen man das Ei darauf braten konnte. Oh, Wahnsinn, ey. Es gab auch immer so Staubsauger, die irgendwie Rotwein aus dem Teppich rausgesaugt haben und so. Sehr gut gemacht, Kromil. Pass auf, diese Plattform. Die und die. Geh da nochmal drauf. Und hier heißt es, kannst du Dinge kaufen. Ich frage mich nur, wie. Wo denn? Schau mal, hier steht. Krafttrankladen. Zaubertrankladen. Zaubertrankladen? Zaubertrankladen. Steht hier. Keine Ahnung. Funktioniert gut. Wir haben Plan B, Plan C habe ich leider nicht. Ey, der Staubsaugeraufsatz für den Staubsauger war auch... Also der Haarschneideraufsatz für den Staubsauger war auch fantastisch. Wow, Haar. Wie kommen wir denn zum Haar? E. Wie kommt man zu G? E. Wie kommt man zu E? Wie kommt man zu D? Wow, wirklich? Muss man da alles nochmal ablaufen jetzt, oder was? Fick dich doch ins Knie, ey. Wow. Ey, Robin, du musstest auf den obersten Oberdeck. Guck mal hier. Sollen wir das lieber nächstes Mal machen? Da kannst du irgendwas hochklettern. Und dann musst du da die Juvelei-Lehrinrüstung holen. Ist das ekelhaft. Machen wir einfach nächstes Mal. Da haben wir da keine Lust mehr. Der ist viel nach elf. Ey, ist schon mega spät. Du musst gucken, dass ich meine Bahn erwische. Deshalb. Ne, nicht, dass ich hier festhänge. Deshalb. Und den ganzen Tag mit euch Linsensuppe essen muss. Aber das fände ich schon geil. Das fände ich schon geil, ey. Ich würde mir da schon noch ein paar Böhnchen to go mitnehmen. Das kannst du glauben. Die gönne ich mir. Das sind Linsen. Das sind keine Böhnchen. Linsen sind quasi die Böhnchen des kleinen Mannes. Ich finde Linsen besser als Bohnen. Aber sie sind auch kleiner und sie sind nicht so aufdringlich. Finde ich. Ich mag ja beides gern. Also, ich mag es gerne, wenn Zunder auf dem Darm ist. Also, wenn da... Du bist jemand, der gerne kackt. Ja, ja, schon. Also, das ist ja auch ein gewisses Gefühl von Freiheit. Das stimmt. Also, wenn man alleine ist. Also, nicht in der Public Toilet oder so ein Shit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern schön zu Hause. Und einfach mal schön die Popo-Trompete spielen. Ganz ungeniert. Komm, den Ding. Komm, machen wir gerade noch fertig hier. Mach den mal fertig. Weißt du, was mich ja interessiert? Kennst du diese... Das ist auch so eine Home Shopping Europe-Geschichte. Diese Elektroaufsätze. Diese Pads, die du dir überall hinklebst und so. Ja, ja. Die ich dann schlank mache. Und dann zucken deine Titten. Und dann kriegst du mega Brustmuskeln. Oder so. Die Saunagürtel waren auch gut. Erinnerst du dich noch an diese Sitzsauna? So einen Stuhl, wo du dich draufsitzt. Da hast du so einen Schlauchkonstrukt um mich herum gemacht. Und dann hattest du quasi so eine Sauna für zu Hause. Oh, das ist ja eine mega Banane. So eine Saunaschlauch. Nee, das kenn ich nicht. Total geil. Du hast dich dann reingesetzt. Das hast du dann zugezogen. Bis oben hat nur auf deinen Kopf rausgeguckt. Und dann warst du in so einem riesigen, ja, wie so eine Art Ballon. Und dann hast du einen Knopf gedrückt. Und dann ist die Sauna angegangen. Und dann hast du halt deine Wohnungssauna. Unglaublich. Unglaublich. Ja, Tag 5 Mistik-Quest-Type ist so. Ich furze immer unter die Bettdecke und habe ich auch eine Sauna quasi. Wie gesagt, freut euch Leute. Der Mistik-Quest-Type ist real. Ey, aber das Schiff von Max. Wir blättern jetzt gerade nochmal ganz kurz. Es gibt noch eine Seite. Und noch eine Seite. Und dann sind wir durch. Ja, das schaffen wir dann beim nächsten Mal. Also zwei Seiten haben wir noch. Geschafft haben wir heute. Pass mal auf. Ich zähle. Ich zähle. Wir haben angefangen mit Zerdala hin. Wir haben heute geschafft. Eine Seite. Drei Seiten. Drei Seiten. Zwei Stunden noch, dann sind wir durch. Ich schwöre dir. Aber mich rafft es nicht. Ja, da wird zum Fluchtsauber gegriffen. Aber ein bisschen zu spät. Ob du das noch drehen kannst? Ich hoffe. Oh ja, da kommt der Heal. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Heal war so gut, er hat sogar kurz die Musik mal gehangen. Hast du gemerkt? Musik einfach weggehealt. Hast du ihn geheilt oder hat er sich geheilt? Er hat sich geheilt. Arschloch. Wie, keine Wirkung. So ein Arschloch. Ich glaube, das Auge kannst du nicht wegzaubern. Das Auge sieht es. Ja, das Auge sieht. Das Auge sieht die Löschung. Und weicht aus. Dann ist schon bei denen halt weg. Wow! Aber er hat sich auch gekillt. Double Kill. Natürlich von vorn. Natürlich! Fick dich, Spiel. Wow, wie unfair. Tut mir leid. Das hätte ich dir gegönnt gerade. Alter, hast du Rubens auf Auto gestellt? Du traust ihm so sehr, dass du ihn einfach selbst machen lässt. Ja. Wow. Mega gut, wie er sich selbst einen Heiltrank gibt, der 100 heilt. Ey, der Rubens hat es halt raus. Rubens, ey. Guck mal da. Denkt immer schön an sich. Da wird nochmal ein Heiltrank gesnackt. Das ist halt ein Teamplayer. Der Rubens denkt halt vor allen Dingen an das Wohl der Gruppe. Hauptsache, der Rubens hat keinen Durst mehr. Boah, ey, wir sind durch. Ich kann es echt nicht mehr sehen für heute. Ey, aber du bist am Steuer angelangt. Ich bin am Steuer angelangt, aber Freunde. Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, ne? Um Ende zu machen. Ah, meine Frisse. Mit mystiken Krüste. Was hier los war, ey. Es tut uns nochmal tierisch schlecht, dass wir heute nur so kurz gestreamt haben und dass wir so spät angefangen haben. Es ging leider nicht anders aufgrund von Job. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ihr wisst es ja. Mal gucken. Wahrscheinlich machen wir die Tage nochmal ein bisschen als Ersatz was. Wir werden euch dann natürlich informiert halten. Und ansonsten zeigt euch bei mir noch ein bisschen das Lösungsbuch. Wir bedanken uns trotzdem, auch wenn es ein kurzes Stream war, für die ganzen neuen Subs, die reingekommen sind, für die ganzen Spenden, die reingekommen sind. Dafür, dass ihr zwei Stunden auf uns gewartet habt vor allen Dingen. Oh, wow. Vor allem das. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir müssen mal gucken. Bleibt die Tage mal. Lest mal Twitter und Discord und so ein Kram mit. Da werden wir dann bekannt geben, ob und wie es... Oh, da wäre fast noch was von gefallen. Ob und wie es die nächsten Tage noch Streams gibt. Und ansonsten, mal gucken, wenn ich morgen Mario Kart schon kriegen sollte. Vielleicht morgen Mario Kart oder was? Vielleicht morgen bis Mario Kart. Das wäre schon geil. Da würde ich gerne zusehen. Weiß ich nur noch nicht. Da würde ich gerne zusehen. Muss ich mal gucken. Wie ihr Robin versohlt. Sollte Robin morgen Mario Kart haben. Da würde ich mich drüber freuen. Aber Robin ist auch nicht schlecht in Mario Kart. Auch von mir nochmal ein Sorry. Soll ja nicht Robin der Einzige sein, der sich hier entschuldigen muss. Denn da haben ja immerhin zwei Leute dazu gehört. Ich hätte ehrlich gesagt nicht so lange auf uns gewartet. Umso happier sind wir, dass tatsächlich noch ein paar Leute hier waren. Das stimmt. Und dass ich schön bis 185 hochgezählt habe. Bis wir tatsächlich hier ankamen. Wir haben wirklich unser Bestes und unser Möglichstes getan, rechtzeitig anzukommen. Und ja, wir haben auch kurz überlegt, es vielleicht komplett ausfallen zu lassen. Aber dann haben wir gesehen, dass schon so viele Leute da sind. Und dann haben wir alles möglich gemacht. Und euch trotzdem noch etwas Anti-Unterhalten mit Mystic Quest. Nächsten Mittwoch wieder. So, die Woche gibt es halt den üblichen Content, würde ich sagen. Am Wochenende vielleicht ein bisschen Battletoads. So, nächsten Mittwoch noch da. Nächsten Mittwoch bin ich noch da. Ja, geil. Hier, geil. Bist du nachhessen im Urlaub, ne? Ja, da gibt es noch ein bisschen Streamer. Entschalten wir noch Mystic Quest. Äh, Mystic Quest. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft schön, Leute. Mystic Quest, ihr kleinen Schundwürmchen. Bis die Tage. Tschüss. Schundwürmchen und Sir Delahans und Augenkrebelchen und Teppich Ninjas.